. 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 Sie waren dann flüchtlinge, denn sie kamen aus Kalfinia, um nach Westkappen zu flühen. Dann war es ein schweres Leben. Viele dames sagten, dass sie eine Sonne Kors hatten. Sie hatten vieles, aber die vieles war so vieles. Und sie mussten geleverte von die Bocke, die Schaap, die Kühe, die sie hatte und so. Daher mussten sie auch geleverte. Die Schaap begint. Das war mein Effekt. Even als ich zu groß geworden bin, als ich nach Schule ging, hatte ich eine Plastik-Bakke oder Kors-Bakke, in der die Wiener die Brenn-Papier-Kadoes waren, die nicht sicher in die Reis gelegt und auf die Schaap. Das war mein Kors-Bakke für Kors-Bakke. Mein Opa, er war von Kalfinia. Ich war ungefähr sechs Jahre alt, als er sterf wurde. Ich habe meine Oma und meine Frau geleverte. Mein Frau war nicht getroffen. Ich hatte meine Frau und meine Frau, daher war mein Frau. Mein Frau war nicht mehr in ihrer Leben. Er war meine Frau. Sie hat mich selbst gegründet. Sie hat mich selbst gehoord gemacht. Sie hat mich selbst gehoord gemacht. Ich habe mich gehoord gemacht, Denn ich war in einer anderen Zeit, wenn ich nicht ein Mann für die Hüse arbeitete, dann muss mein Mann oder meine Mutter weggehen. Als ich in die Schule ging, seit sieben, habe ich noch nie ein Jahr durch die Post gelehrt, seit acht. Aber ich hatte die Möglichkeit, um zu arbeiten, um meine Mann und meine Mutter zu reisen. Aber ich hatte die Arbeit von sieben Uhr, bis sieben Uhr, bis sieben Uhr, bis sieben Uhr, bis sieben Uhr, auf zwei Uhr, drei Uhr in die Nacht, dann wieder sieben Uhr, da muss ich wieder in die Arbeit sein, bei Rautsvotvang. Und so ist es, dass mein Mann nie ein Mann hatte. Meine Oma ist oorledig, meine Oma begraben. Ich hatte meine Mann auch begraben. Ich hatte meine Mann auch begraben. Aber ich hatte sehr Dank. Und dann kam sie zu mir, weil ich war, und ich hatte für sie gearbeitet. Und ich hatte für sie gearbeitet, und ich hatte sie auch immer begraben. Ja, meine Mann hatte in die Fabrik gearbeitet. Und ich hatte für sie gearbeitet. Und ich hatte sie gearbeitet. Und ich hatte sie ein Tag für mich. Ich kann nicht mehr. Die wargut war nicht, denn ich wurde noch alt in die. Die Major Vrouw hat in die. Und ich hatte sie in die Fabrik. Sie ist von Belgräufe, in die Karpen. Und ich hatte sie gearbeitet. Und ich hatte sie gearbeitet. Sie war immer noch nicht in die Fabrik. Und ich hatte sie gearbeitet. Ich hatte sie. Ich wollte das, dass sie in die Heze kann kommen. Dass sie die Heze kann kommen. Und dann kam sie mitarn und schwachen. Und mein Mann hatte sie gestern bei 78 Jahren. Und dann habe ich getrouwt, nur woensdags, in die Kirche St. Georges. Woensdags, habe ich so vier Jahre getrouwt. Auf der Franschhoek war ich so sieben Jahre alt. Eine Freundin, die ich sehr gut kenne, war hier noch Grand Karre. Die Freundin sagte nicht, dass ich nicht getrouwt war. Die Freundin sagte, dass ich nicht getrouwt war. Die Freundin sagte, dass ich nicht getrouwt war. Die Freundin sagte, dass ich noch ein paar. Die Freundin sagte, dass ich noch ein paar. Mein Neuf hat auch ein paar gegegeben. Bei meinem Niggis-Hus hatte ich eine Tee-Tafel gemacht. Ich kam in die Nacht vor 9 Uhr zurück nach Lundqy-Doktor. Die Menschen waren noch nicht auf die Trouwe. Das waren die Menschen, die ich immer geholfen hatte, die ich mit einem Gasformaak und eine Fabrik hatte. Das war eine Tee-Tafelung. Ich hatte meine Koeken gebacken. Ich hatte keine Centen für meine Brille oder Eterne. Für die gut zu tun. Für unsere Menschen. Das war sehr viele Jahre für mich gewesen. Das war sehr viele Jahre gewesen. Bei RFF habe ich angefangen zu arbeiten. Als ich auf die Beilde, die Perske Beilde, die die Bakke von 10 Uhr gesteckt wurde, dann war er immer ein schwarter Mann, African, die ihn weggeräte. Auf 15-jährige Oudernum konnte ich das. Als es 4,5 Uhr kam, das war 10 Uhr. Das hatte ich noch nicht die Kraft gehabt. Aber ich hatte noch ein Kind, um die große Aluminium-Bakke 10 Uhr zu stecken. Dann sagte er mir, die schwarter Mann, stöte nicht an, dann steck ich die Bakke. Dann rei ich nach die Beilde, um die Bakke da zu gehen, Dann rei ich wieder vannacht zurück in die. Und so ging ich nun an. Und so ging ich auf jeden Tag, und ich sagte mir, ich hatte von mir jeden Tag ein paar Boxer-Tabak, für die wir mit Hilfe. Ich hatte mir Hilfe. Ich hatte mir Hilfe. Und dann konnte ich sechs oder acht Wochen von 15-jährigen Oudernum aus, bis ich aus der Arbeit ausgetreten. Auf 38 Jahre. Dann sagte ich, Danke, Herr. The trail is old, the battle won. Now ist Victor Triumph. Ich hatte eine Song, oder Praise-Bee-Song. Halleluja. Dann kann ich geseit in die. Ja, was ein Meis, kann ich hart nicht praten. Und ich kann vertellen, waffen wie ich komme. Und dann Josua kreieren. Dann ist es, es lecker um ich hart nicht praten. Dann fühl ich mich wieder verlichtend.